Hallo liebe Hertha-Fans, es war ein unbeschreiblicher Weg, den ich nie vergessen werde. Ich verabschiede mich von euch, aber ich wollte mich von ganzem Herzen bei euch allen bedanken. Die Unterstützung war mir immer sehr wichtig von euch. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, im Olympiastadion für euch zu kämpfen und im Optimalfall auch zu gewinnen. Es ist schwer mit Herzen, welchen Verein es verlassen, aber man sieht sich immer zweimal im Leben und bis irgendwann, euer Giudaini. Faisley! Oh, was ein Goal! Was ein Weg, um zu scoren die erste Vorderse Liga Goal, mit einem fantastischen Hatter. Maschallah, mach mal. Einfach, einfach super und... Super! Und, ausgeschlossen? Fast. Kurzsparspiel oder Solo in die gegnerische Hälfte? Solo in die gegnerische Hälfte. Warum magst du das so? Nein, muss ich nur sagen, weil ich sehr flink unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie lange du am Handy chillst immer. Ich bin noch die ganze Zeit schon, du bist aber... Du fliegst immer so? Worte! Dein Handy ist so... Ich weiß nicht, wie das andere ist, oder? Mich aus! Weiß ich doch nicht. Scheiße! Das ist die Egalität! Der ist der Egalität, von Jordan Turbo und Regan! Untertitelung. BR 2018 Was ist das hier? Gut zu Jordan.